Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. So, ich finde es richtig schön, dass mittlerweile Nick Fury, himself, unsere Zuhörer und Zuhörerin hier zum Tele-Stammtisch willkommen heißt. Und so wollen wir es ihm doch gleich tun und begrüße euch somit herzlich zur Folge 5 des Horror-Eye-Recaps. Und wie immer mit dabei ist natürlich Patrick. Hi. Und zu Gast zwar nicht die bezaubernde Jeannie, aber dafür eine umso bezaubernde Nina. Hallo Nina. Hallo. Und wie ihr hört, darf es ich mal wieder sein, euer Sam. Und bevor ich euch erkläre, warum ich das letzte Mal nicht dabei war, wollte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Christopher und natürlich unserem Chef Andi bedanken, dass sie für mich eingesprungen sind. Das zeigt natürlich schöne Kollegialität aus und Freundschaft, dass sie dann für mich hier so schön eingesprungen sind. So, jetzt zur Erklärung. Ich war verschollen in der Quantenebene, far from home. Dr. Pym hatte seine Technik nicht wirklich im Griff. Die hat versagt und bis er, ach Quatsch, natürlich war es so nicht. Mein Ruder hat natürlich versagt und ich konnte nicht rechtzeitig ein Ersatzgerät auftreiben und deswegen konnte ich halt nicht. Naja. Wie es so ist, wenn man Technik halt braucht. Genau. Aber apropos far from home. Nina, wie war denn no way home? Bitte spoilerfrei, so ganz kurz. Spoilerfrei ganz kurz. Es war ein Kinoerlebnis, was ich selten hatte. Sehr viel Interaktion mit dem Publikum. Okay. Es gab einfach super tolle Momente, wo einfach das ganze, der ganze Kinosaal einfach ausgebrochen ist in Jubelrufe oder Klatschen oder so. Also, wenn man das kann, wenn man sich in der Lage fühlt und so, auch mit Corona und so, sollte man den im Kino auf jeden Fall gucken und auf jeden Fall mit mehreren Leuten gucken, vielleicht auch mit einer Gruppe Freunde oder so. Und dann kann man diesen Film gut mit anderen Menschen auch teilen und das ist meine spoilerfreie Review. Okay, okay. Und Erwartungen werden erfüllt oder geht man auch ein paar Sachen enttäuscht raus? Na, ich sag da nichts. Sag es nicht so. Okay, gut. Dann belassen wir es am besten so. I will neither confirm nor deny. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir genau ab hier jetzt mit dem Spoiler-Part an. Also ab hier jetzt, liebe Zuhörer, erst die Folge schauen und dann uns hören, weil jetzt beginnt, wie gesagt, der Spoiler-Part. Also hier wird jetzt knüppelhart gespoilert. So, wir fangen ja normalerweise immer erst mit dem Ersteindruck der Folge an. Jetzt muss ich aber noch kurz sagen, wie ich die letzte Folge fand, weil ich war ja nicht dabei. Und ich muss sagen, es ist so schwierig. Es ist immer so ein Wechselbad der Gefühle. Mal kommt eine gute Folge, dann mal wieder so ein bisschen schwächere. Ich kann schon ein bisschen vorabgreifen, die Folge 5, also die, wo wir heute besprechen, die fand ich richtig stark. Deswegen muss ich sagen, die vierte fand ich ein bisschen schwächer. Natürlich wurde uns schon ein bisschen was gezeigt wieder und auch schon, es ist jemand erschienen, Jelena. Und es hat auch schon Spaß gemacht, die dann endlich mal hier in der Folge zu sehen, beziehungsweise in der Serie zu sehen. Aber an sich so inhaltlich war es ein bisschen schwächer. Also nicht so schwach wie in einer per Folge. Nein, natürlich nicht, das nicht, das nicht. Aber wie schon gesagt, es wechselt immer so ein bisschen ab. Dann kommt mal eine richtig starke Folge, dann ein bisschen wieder schwächere. Also ich würde jetzt sagen, wir fangen wieder mit dem Gast an, hier jetzt mit Folge 5. Wie fandest du denn Folge 5 an sich, jetzt ohne groß auf irgendeine Szene schon einzugehen, sondern so im Allgemeinen, Nina? Ich fand die unfassbar stark. Also wirklich so die beste Folge bis jetzt, ganz im Ernst. Und es liegt einfach vor allem an die Chemie, glaube ich, auch zwischen Jelena und Kate. Das hat einfach Spaß gemacht und Bock gemacht auf zukünftige Zusammenarbeit oder gegenseitige, irgendwie Gegenseitigkeit. Egal wie es kommt, ich will mehr von den beiden sehen. Wie war es da bei dir, Patrick? Ich fand das neben der dritten Folge bisher die stärkste. Auch wenn unser eigentliches Du nicht wirklich viel zu tun hatte, war die Dynamik zwischen Kate und Jelena halt echt wirklich cool und interessant. Also sie gibt hier wirklich einen sehr guten Einstand und auch sie führt Black Widows Erbe wirklich schön fort. Also ich stimme euch beiden zu. Ich fand die bisher eigentlich am stärksten von der Staffel, abgesehen von der dritten. Die war auch gut. Auch diese Beziehung, die du angesprochen hattest, Nina und auch Patrick, zwischen Jelena und Kate. Also ich hoffe natürlich, dass das im MCU auch noch weit tragender wird. Also dass das jetzt nicht nur für diese Serie so ist, sondern dass man das dann später irgendwann in einem anderen Film oder so auch mal wieder erleben darf. Diese Chemie, wie man so schön sagt. Warum für mich die Folge so stark ist, zeigt eigentlich schon direkt die erste Szene. Denn wir fangen nämlich jetzt direkt an. Wir sehen einen Flug über die Winterlandschaft oder über eine Winterlandschaft und kriegen schön eingeblendet im Jahr 2018 befindet sich das. Wir hören dann noch aus dem Film Black Widow Voice Over. Wie Black Widow, also unsere Natascha und Jelena, so ein paar Sätze, verlieren auch über dieses Syndigas, was natürlich eingesetzt worden ist in diesem Film. Und sie dringen, also Jelena und ich glaube die Jüngere, die Sonja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dringen eine Villa ein und bekämpfen die dort wohnende Anna, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, bekämpfen sie eigentlich nicht die Sätzen, da andere Black Widow aufgehört hat. Jelena will eben quasi gefangene Black Widows befreien, weil sie davon ausgeht, dass Anna quasi auch gegen ihren Willen gefangen gehalten wird. Aber sie muss recht schnell feststellen, die ist da freiwillig in der Position und regt sich drüber auf, dass sie ihr gerade den Teppich versaut hat. Richtig, richtig. Also sie hat anscheinend entweder das Gas, noch dieses Nervengas noch gar nicht abbekommen gehabt vorher oder sie wurde schon geheilt und ohne dass Jelena das schon wusste. Genau. Und dann sitzen sie ja beieinander und reden auch über... Aber bevor wir, müssen wir über die tolle Kampfgoreographie einfach reden, oder? Ja. Also ich finde, das hat wirklich so viel Spaß gemacht. Einfach diese, was auch immer, ich glaube eine Minute oder so, wo sie kämpfen. Aber das hat so richtig Bock gemacht. Was man bei ihrem Stil merkt, sie ist nicht so die Poserin wie Natascha, sondern die haut auch richtig zu und dringt die Leute zu Boden und nockt die auch aus. Also da merkt man schon einen Unterschied zu den Kampfstilen. Auch hat Natascha eher so diesen Elektrostamm, mit denen die pulverisiert. Jelena boxt die Leute halt um. Richtig. Und ich finde auch, dass man hier durchaus diese Kampfszenen auch aus dem Black Widow-Film Jelena anmerkt, weil da hat sie ja auch schon schöne Kampfszenen gehabt. Und man merkt einfach Florence Pugh an, dass sie auch Bock hatte, da das zu trainieren. Ich hatte ja auch Making-of von Black Widow mir angeschaut gehabt. Und da hat sie auch im Casting, wo sie ja gecastet worden ist für den Film, schon erzählt, ja, wie ist das? Ich würde gerne meine Effekte und meine Kämpfe selbst machen und kein Dubel. Und ist das viel Training und so? Und dann hat sie erst Angst gehabt, dass sie das nicht hinkriegt mit diesem Training und so. Und war dann ganz stolz, dass sie diese Kampfszenen selbst hinbekommen hat. Und ich finde, das sieht man hier auch jetzt in diesen, auch wenn es nur eine Minute ist, sieht man doch, dass sie da wirklich Bock drauf hatte. Vor allem war das ja auch so ein Running Gag. Also Florence Pugh hat dann am Set immer gewitzelt, dass sie da ihre eigene Pose finden will und so. Und dieser Running Gag hat es dann auch in den Filmen geschafft, wie sie Natascha immer wieder imitiert. Richtig. Genau, und dann, nachdem das dann geklärt ist, dass ja Anna schon geheilt ist, sage ich mal, oder erst gar nicht ausgesetzt worden ist von diesem Mittel, und sie das sich alles selbst finanziert, weil sie halt diese Aufträge annimmt, sitzen sie beieinander und reden dann auch irgendwann über Sex in the City. Ja, wie passend, dass da jetzt quasi der Reboot kam. Kein bisschen getan. Richtig. Und irgendwann meint Daniela, sie müsste mal kurz ins Bad. Und das finde ich halt eine richtig schöne Szene. Oh ja. Vor allem ist das wie beim Midsommar, wo Florence Pugh ja auch ins Bad geht und dann kommt so ein Umschnitt und es ist ein bisschen Zeit verflogen. Und hier passiert dann der Blip. Ich glaube wirklich, dass wir noch ein paar Mal, nicht nur 2012, öfter sehen werden, sondern auch wie die Leute oder wie bestimmte Charaktere den Blip erlebt haben. Vor allem auch, wie die das zeigen. Es wird immer besser. Bei Infinity War hat man halt nur gesehen, wie sie halt weggeflogen sind. Dann bei WandaVision, wie Monika zurückkommt und nur ihr Gesicht zu sehen ist. Und jetzt halt hier mit dem, wie sich die Umgebung verändert. Ich finde, es wird immer cooler, immer besser dargestellt. Richtig. Und man hat so aus ihrer Sicht das irgendwie gesehen, weil für sie war es ja nur fünf Sekunden maximal. Und so hat sich das ja auch die Szene angefühlt. Sie war kurz weg und ist gleich wieder gekommen. Und die Schwester ist mittlerweile tot. Ja, da kommen wir gleich dazu. Nein, aber wenn sie zurückkommt, dann realisiert sie recht schnell, dass die Schwester tot ist. Und das erklärt ihre unbändige Wut, die sie auch hat. Ja gut, dass sie schon tot ist, das erfährt sie ja nicht gleich in dem Moment, wo sie wieder erscheint. Aber was ich noch sagen wollte zu der Szene ist halt, dass diese Farbe von der Wand so richtig wegperkt, wie bei den Silent Hill-Spielen. Und das hat mir auch richtig gut gefallen, dieser Effekt. Weil die Wand war ja vorher, glaube ich, weiß und ist dann in dieses komische Grün. Ja. Der hat sich so verändert. Und dieser Effekt war richtig stark. Und auch die Wandleuchter, die Lampen, haben sich dann auch so aufgelöst und sind wiedergekommen. Richtig cool. Richtig gut gemacht. Vor allem ist da niemand zwischenzeitlich reingegangen und hat den Wasserhahn dazu gemacht? Ja, wahrscheinlich innerhalb von fünf Jahren. Okay, das ist ein Punkt, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Aber ja, im Prinzip hast du recht. Ich finde nur, diese Szene, auch wenn es nur ein Sekundenbruchteil da ist, erklärt es unter anderem, warum sie nicht schon bei Endgame dabei war. Weil wir hatten uns ja die Frage gestellt, Patrick und ich auf jeden Fall, bei dir Nina, denke ich mal auch, wo war sie bei Endgame, wenn doch alle zusammengekommen sind, nachdem sie wieder erschienen sind, sind ja alle aus den Portalen gekommen, die ganzen Zauberer und so. Aber wo waren die ganzen Black Widows? Ja, nur ganz kurz, ich habe die Szenen gerade zurückgespult. Das Wasser war nämlich aus, als sie wiederkommt. Da habe ich jetzt noch drauf gehabt. Ja, aber irgendjemand hat das ja zwischenzeitlich ausgemacht. Die läuft nicht fünf Jahre durch. Greta wird streiken. Ja, genau. Und darauf trifft sie ja dann auf Anna, die mittlerweile verheiratet ist und eine kleine Tochter hat. Und die erklärt jetzt halt, dass in diesem Sekundenbruchteil, wo sie weg war, eigentlich fünf Jahre vergangen sind. Aber auch da erfährt sie noch nicht, dass Natascha tot ist. Sie sagt ja nur, hilf mir, Natascha zu finden. Ich muss Natascha finden, damit sie weiß, dass es mir gut geht. Aber was ich finde, weil jetzt gleich dann nach dieser krassen Szene kommt dann dieses, was bisher geschah. Ja. Ich fand das so unpassend. Ich habe das viel besser andersrum gefunden, wenn das halt so, was bisher geschah. Und dann fängt die Folge richtig an. Ja, richtig. Weil ich finde, die baut so schön so einen Drang nach vorne auf. Und dann wird man halt mega krass gestoppt und sie muss wieder halt gucken, was bisher geschah. Und dann fängt die Folge an. Ja, da bin ich völlig bei dir. Das ging eine Minute. Ja. Das war richtig ausgebremst. Ja, richtig. Wie gesagt, mir persönlich hätte es auch wegbleiben können. Also ich hätte diese was bisher geschah Sequenz hätte ich nicht gebraucht. Weil dadurch, dass wir ja eh schon vier Folgen dabei sind, wissen wir ja eh, was schon passiert ist bisher. Ja. Ja, und es ist halt nicht so eine krasse Zeitspanne, ne? Ja. Eine Woche. Ja. Deswegen, wie du schon sagst, entweder davor oder erst gar nicht. Genau. Es hätte, rein theoretisch hätte diese Anfangsszene gereicht und dann diese Marvel-Einblendung und dann weiterspielen lassen. Genau. Naja. Ist aber so. Ist leider so, ja. Lustig wird es, wenn man das durchbündchen will und dann die ganzen Recaps hat beziehungsweise. Oh, ja. Ja. Richtig. Genau. Kommen wir zur nächsten Szene. Das ist Kate, wie sie bei ihrer Mutter zu Hause ankommt, also in diesem Penthouse. und sie reden über Hawkeye und auch, dass sie halt jetzt da weg ist. Also das, wie sagt sie, irgendwie von wegen, hält er dich für einen Held? Und sie sagt dann, also Kate sagt dann, ne, ich sehe mich auch selber nicht als Held. Also sie hat so ein bisschen so, sie ist geknickt. Sagen wir es ganz einfach, wie es ist. Sie ist fertig. Sie ist fertig, genau. Und die Mutti, habe ich so notiert hier, und Mutti verarztet Kate dann im Bad und reden dann auch über diesen Kleinbogen, wo sie als Kind dann bekommen hat und die Mutter meint ja so, ich fand dich damals süß und Kate macht ja so einen kleinen Recap für sich und sagt so, ja, tut mir leid, dass ich dir damit mehr oder weniger auf die Nerven gegangen bin und so. Ja, das ist auch ein sehr schöner Moment zwischen den beiden, aber wo ich mir auch denke so, oh, das wird sowas von, weil die bauen das halt so auf, die finden wieder zueinander, mehr oder weniger, die bauen eine gute Beziehung auf, Kate vertraut es ja auch an, das kommt dann wahrscheinlich auch gleich. Genau. Dass der, dass der Verlobte von ihr halt Dreck am Stecken hat und so und die connecten und man weiß so, oh, irgendwas, es wird irgendwas Schlimmes passieren zwischen den beiden. Ja, vor allem macht ja die Mutter immer noch so Andeutungen oder so, so speziell fragt sie immer nach Hawkeye nach. Was ist mit Hawkeye? Warum, wo ist Hawkeye? Oder auch die, die Frage, hat, hat er dir wehgetan? Und, und wo es Kate ja dann noch sagt, nee, er hat mir nur geholfen oder so. Also es ist, die Verletzungen sind jetzt durch Hawkeye gekommen, sondern weil sie praktisch damit gekämpft hat und Hawkeye hat ihr geholfen. Gott, das war jetzt eine Sprechegeburt. Sie merkt in diesem Gespräch auch, das, was die Mutter da quasi eingeleitet hat, dass das quasi Früchte trinkt. Also sie hat ja mit Jack den Verdacht von sich weggelenkt und Kate, bei Kate geht das voll auf. Also sie forscht weiter, was jetzt mit diesem Jack ist und sie denkt, ja, okay, das mit dem Sündenbock, das hat ganz gut geklappt, weil die Serie hat uns diesen Jack so die ganze Zeit als Sündenbock aufbinden wollen und wir alle haben gedacht, nee, nee, Norma Bates, komm. Genau. Ich kann Vera Famiga auch nicht ernst, nicht ernst nehmen, aber nee, die hat für mich auch so ein bisschen, ich gucke immer so ein bisschen, ich habe immer so einen Fuß nach hinten. Sie ist viel zu prominent für eine unscheinbare Mutterrolle. Fertig. Richtig. Genau, und während der Verarztung, das haben wir aber jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert, steckt ihr, also Kate steckt ihrer Mutter halt, dass sie das rausgefunden hat über den Mord an Amon und Jack und dass da Jack irgendwie mit involviert ist und sie soll da ein bisschen besser aufpassen. Genau, diese Briefkastenfirma von ihm überprüfen. Genau, richtig. Sie soll da einfach mal die ganze Sache überprüfen und ein bisschen aufpassen und so. Wundert mich, dass jetzt seit ein paar Folgen nicht mehr die Bonbons erwähnt wurden. Ah, das Bonbon, da muss man nachschauen. Mittlerweile sind doch die Pizzen hier zum Running Gag geworden und nicht mehr die Bonbons. Also in jeder Folge gibt es Pizza. Ja, es gibt es ja mit Pizzadog, muss ja immer Pizzadar sein. Ja, der Pizzadog wäre auch ein cooler Satgick für die Turtles. Das stimmt. Genau, irgendwie ist gerade Verarztenzeit, denn nämlich bei Echo, die wird nämlich ebenfalls gerade verarztet von Cassie. Sie reden auch darüber, wer die andere Person auf dem Dach war und ja, Cassie möchte so mehr oder weniger ihr davon abraten, damit weiterzumachen. Also sie, er fragt, ob das unbedingt doch sein muss, wo sie ja dann, also Echo beziehungsweise Maya, ja dann meint, nee, das will sie jetzt noch durchziehen und Cassie sagt ja dann, Cassie sagt ja dann noch, bis Ronin gefangen ist, aber dann ist Schluss damit mit der Sache. Ich würde sogar sagen, noch ist sie eher Maya, dass die am Ende der Serie dann eher zu Echo wird und das quasi diese Echo-Serie einleiten wird. Ja. Aber was ich halt sehr schön finde, auch mit allen Maya-Szenen und Maya Cassie vor allem, dass sie wirklich einfach nicht reden. Ja, also was ich mit reden meine, ist natürlich die Gebärdensprache, Entschuldigung. Genau, das ist einfach Stille und das finde ich halt sehr gut gemacht, weil man dann einfach sich auch darauf konzentriert, so auf ihre Hände und so und nicht so, dass man sich dachte, ach, wir machen das für die Zuschauer mehr oder weniger einfacher und lassen ihn irgendwie reden, sondern er redet wirklich einfach nur, wie sie auch, halt mit Gebärdensprache und manchmal so mit ein paar Wörtern, die er so und so ausspricht. Aber finde ich halt ziemlich cool gemacht. Ja, ist es. Ich hätte richtig Bock, Gebärdensprache zu lernen. Ich habe da jetzt aber einen kleinen Kritikpunkt, das hat aber nichts mit der Serie zu tun, sondern ich denke, das hat einfach was mit dem Format zu tun. Als ich das heute Morgen auf meiner Leinwand angeschaut habe, war die englische Untertitelschrift und direkt die deutsche Untertitelschrift so drüber gelegt, dass ich die ersten Zeiten überhaupt nicht lesen konnte. Das war ein bisschen blöd. Aber das ist Meckern auf einem anderen Niveau. Das ist jetzt, hat eigentlich nichts mit dem... Das ist eher Disney Plus. Ja, ja, genau. Schuld. Ein interessanter Funfact bei Maya ist ja auch, dass sie auch wirklich ein amputiertes Bein hat. Also sie spielt das nicht. Sie ist wirklich... Sie hat auch wirklich diese körperliche Behinderung und das macht diese Figur dann nochmal umso interessanter, dass sie es dann auch quasi normalos in eine Heldenrolle schaffen können. Naja, Normalo ist ja nicht... Sie hat ja andere Fähigkeiten. Ja, du weißt, wie ich es meine. Ja, ja, klar. Das ist jetzt so ein bisschen quasi so dieses... Auch Kate ist ein Normalo, ne, eigentlich. Ja, aber das jetzt wirklich so ein bisschen dieses Schema aufgebrochen wird. von wegen, dass das nur weiße, reiche Männer sein dürfen, so Bruce Waynes, sondern dass da jetzt auch wirklich ein Fangirl jetzt zur Heldin wird, dass dann Hawkeye menschlicher wird und so, dass da jetzt echt so deutlich mehr Menschlichkeit reinkommt. Sagen wir es so. Ja, ja, richtig. So, jetzt kommt, glaube ich, unsere allerlieblingsszene. Kate kommt nämlich in ihre abgefeikelten Wohnung an. Die möchte da noch ein paar Sachen holen, weil sie ja dann wieder anscheinend zu ihrer Mutter ins Penthouse ziehen möchte und Kate wird bereits erwartet. Ich finde es so geil, wie sie einfach dieses Ratscha-Soße einfach nach ihr wirft. Man sich auch denkt, was wolltest du damit bezwecken? Ja, vor allem wie Jelena das fängt und dann noch so Hi! Das ist doch cool. Wie sie auf der einen Seite sie immer wieder bedroht und auf der anderen Seite einfach nur ein Mädelsabend haben will, wie sie da immer wieder hin und her switcht. Aber ich habe das tatsächlich auch an Watchmen erinnert, wo Rorschach quasi auf Night Owl wartet und bei denen einfach anfängt zu futtern. Was hier eigentlich auch recht stark auffällt, ist, dass sie immer beide Namen von ihr nennt. Also sie sagt nicht nur Kate, sondern immer Kate Bishop. Also sie betont, dass es Bishop immer oder extrem. Also bei jedem Namen Nennung sagt sie halt Bishop da noch dazu. was gekriegt. Noch was, weil sie gerade hier bei mir durch die Szene gegangen ist. Ja. Die Klamotten in dieser Serie, die Kleidung, die sie tragen, dieses, oh, ich liebe es, ich liebe, liebe, liebe es. Ich würde wirklich gerne mal einfach wirklich so ein Behind the Scenes, was die immer mal machen, so viel für die Serien und so, einfach nur über die Kleidung hören. Wirklich, es ist einfach so genial gemacht. Kate ist einfach sehr gut angezogen, jetzt Jelena ist unfassbar gut angezogen, die Mutter ist auch toll. Ach, ich könnte sterben für diese Klamotten. Auch für die Cosplayer-Klamotten beziehungsweise auch für die Lapa-Klamotten? Ja, klar. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Anzüge, also ich weiß ja, wie die aussehen, die sieht man ja immer, aber wie sie dann halt die tragen werden. Sie ist zumindest nicht mehr im Splinter Cell Gedenk-Outfit, sondern sie ist jetzt quasi in normalen Klamotten unterwegs. Das muss ich noch sagen in der letzten Folge, die Splinter Cell-Szene, da habe ich natürlich auch so ein bisschen als Splinter Cell-Fan so, yeah, da habe ich so ein bisschen aufgejubelt, weil ich fand das echt stark. Ja, dann machen wir es so, weil jetzt in dieser ersten Szene zwischen Kate und Jelena, da will sie ihr eigentlich nur was zum Essen anbieten, nämlich Macaroni mit Käse oder Käse-Macaroni, ganz einfach. Und sie, also sie fangen erst mal an zu reden, also es geht noch nicht wirklich später, später geht es dann um Clint, ein bisschen vorgegriffen, aber jetzt reden sie ja erst mal so ganz normal wegen dieser Käse-Macaroni und wegen der Gabel und auch dann, ah ne, das mit den Sehenswürdigkeiten kommt später. Das mit den Sehenswürdigkeiten spielt aber auch schon anscheinend auch Spider-Man auch an. Wie wir im Trailer sehen, kämpft er ja am Ende da bei der Freiheitsstatue und da muss die wahrscheinlich danach renoviert werden, also das spielt dann nach dem letzten Spider-Man. Weil Jelena deutet ja noch so an, die neu renovierte Freiheitsstatue. Und mir wurde im Vorfeld, bevor man Spider-Man guckt, soll man sich die Folge 5 anschauen, weil das irgendwie miteinander hängt? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, also war das so eine Finte sozusagen wieder? Ja, also mit der Freiheitsstatue, da ist man schon, aber anders. Okay, okay. Aber ich sag nichts mehr. Ich wollen ja hier nicht Spider-Man spoilern. Genau. Dann gibt's einen kurzen Umschnitt auf Clint. Der kommt nämlich bei diesem Herrn, war das ein Feuerwehrmann? Ja. Oder war das ein Polizist? Es war ein Feuerwehrmann. Nee, das war der Grills, der Cosplayer, der ihm sein Outfit da geklaut hat. Genau. Ich wusste nur nicht mehr, war das jetzt Feuerwehrmann oder war das Polizist? Aber ich glaube auch, es war Feuerwehrmann, genau. Und der klingelt bei dem und sucht halt Unterschlupf erst mal. Das war eine ganz kurze Szene. Dann gibt's wieder einen Umschnitt auf Jellena. Aber eine sehr schöne Szene mit dem Hund. Ja. Also ich liebe diesen Hund. Ja, der Hund gibt's schon. Er gibt den Hund einfach weg. Also er sagt, dass er auf ihn aufpassen soll. Ist wirklich schön gemacht. Also Lucky mögen wir mittlerweile alle. Beziehungsweise mochten wir von Anfang an. Was kann man auch schon falsch machen mit einem Golden Retriever? Also bitte. Ich mag Tiere. Ich mag Tiere. Also ich glaube, es gibt keine angenehmeren Hunde als Golden Retriever beziehungsweise keine süßeren und herzsicheren Hunde als Golden Retriever. Die sind einfach goldig. Vor allem Jellena nimmt dann ja spielig da auch Bezug darauf, dass sie schon allein mit der Rettung des Hundes Pluspunkte gesammelt hat bei ihr. Ja, genau. Richtig. Genau. Das mit den Sehenswürdigkeiten brauchen wir jetzt dann nicht weiter ausbreiten. Haben wir ja schon mehr oder weniger getan. Sie sagt, also Kate macht ja dann noch so einen Vorschlag von wegen Weihnachtsmark, aber sie weiß nicht, ob das sowas ist für blutrünstige Attentäterin, wo Jellena ja das so zieh als Witzbold abtut, dass Kate ist ja so lustig. Kate Bishop. Kate Bishop, ja. Entschuldigung. Natürlich. Sie nennt ja immer den vollen Namen. Kate Bishop, genau. Dass sie ja so lustig ist, weil sie als blutrünstige Attentäterin anzieht. Was mittlerweile ja auch so ein Fakt ist, Scarlett Johansson ist ja auch wieder zurück bei Disney. Ich glaube, wenn jemals ein Film oder eine Serie über Jellena gedreht wird, da wird sie ihre Finger mit dem Spiel haben, dass man sie eventuell auch in Rückblenden sieht, wie sie ihr immer wieder was beibringt. Also ich glaube, die Sache Natascha Romanoff ist noch nicht komplett abgeschlossen. Ich glaube, wir werden sie trotzdem immer noch wieder in Rückblenden sehen. Ach ja, wenn es halt so ist wie bei den Comics, gibt es anscheinend 100 Millionen Klonen von ihr. Ja, das haben wir doch auch bei What If gesehen, dass dann Hawkeye zufällig in die Dimension kam, wo seine Black Widow noch gelebt hat dann. Ja, oder dass eine Black Widow in eine andere Dimension oder eine andere Variante von der Welt rübergeholt worden ist, weil ihre Welt ja an sich schon tot war. Da gab es kein Leben mehr. Und dass sie halt dann nicht einsam ist, wurde es halt in eine andere Welt praktisch verfrachtet. Kann alles vorkommen. Die Möglichkeiten sind da und die werden mit dem Multiverse wirklich in uns endlich aufgestoßen. Genau. Dann reden sie ja irgendwann über Clint, weil Kate meint ja noch, so will es mit Clint reden, wo hier Jelena sagt, nee, nee, ich will nicht mit ihm reden, ich will ihn töten. Ja, und das ist auch die Stelle, wo es halt wirklich von, okay, reden die wirklich einfach nur über was ich, in New York machen kann, zu, ich bin hier, ich könnte dich sofort töten und ich will antworten. Das. Wo es halt richtig so auch diesen, diesen, diese Veränderungen im Gesicht auch gibt. Ja, das bin ich halt so. Deswegen haben die auch einfach super klasse Schauspieler und Schauspielerinnen einfach genommen, die das einfach können. Ich würde sogar sagen, das war so dieser typische Tarantino-Moment, wo du von der einen auf die nächsten Sekunde merkst, scheiße, jetzt ist die Stimmung umgeschlagen, wo es eben noch gerade richtig locker war, ist die Stimmung auf einmal weg. Ja. Ich finde das Gespräch allgemein in dem Moment sehr stark, weil Kate versucht ja, Jelena noch diesen Begriff Adventure zu erklären, dass das halt für was steht. Jelena selber glaubt daran nicht, sagt euch zu, nur weil sie mal die Welt gerettet haben, heißt ja nicht, dass alle Taten für diejenigen dann für immer vergessen sind, also die Taten, wo sie vorgemacht haben und so. Und da sieht man halt dann auch schon wieder diese Einstellung oder, oder dieses, dieses Streben von Kate, dass sie halt diesen, dieses, ja, Held sein, oder ein Verfechter von diesem Held sein ist und Jelena noch nicht so wirklich weiß, was soll ich mit diesen ganzen Infos anfangen, weil, ich weiß nur das, was ich bisher über Clint erfahren habe. Jelena ist wie Maya Lopez, die ist gerade am Anfang von ihrer Karriere, die muss auch erst mal diese, diesen schmalen Grad lernen, aber ich finde es schon mal wirklich cool vom Drehbuch, dass sie weiß, dass Natascha mit Hawkeye befreundet war, dass die ihr jetzt nicht wirklich alles erklären muss, aber dass sie ihm trotzdem eine gewisse Schuld gibt und man kann diese Wut, die sie hat, wirklich nachvollziehen, also, sie ist nicht komplett dumm, aber irrgeleitet. Ja, aber auf der anderen Seite merkt man auch ihrem Gesicht an, dass in dem Moment, wo es um Kollateralschaden so geht und sie fragt, ist meine Schwester dann auch ein Kollateralschaden und sie sagt, Clint kann da nicht wirklich was dafür, weil sie waren ja Freunde zu was, das sieht man der Jelena im Gesicht schon an, dass er anfängt drüber nachzudenken. Weißt du, dass sie noch nicht, also es gibt ja Leute, die dann vor Wut denken sie gar nicht mehr und verfolgen dann einfach nur noch ihr Dings, aber ich finde, dass man ihr im Gesicht schon anzieht, okay, ich bin zwar stinkig auf ihn oder ich habe voll Wut auf ihn, aber irgendwie, was Kate ja sagt, ergibt auch irgendwie Sinn. Weißt du? Aber ich finde es auch sehr schön, diese, einfach diese, dieses Gespräch auch einfach, dass es halt nicht immer gut ist, was sie machen, dass, ja, ja, es ist halt, es gibt immer Kollateralschaden, aber wer sind denn die Kollateralschäden? Richtig, richtig. Es sind halt Menschen mit, ne, jetzt haben wir halt Natascha als Beispiel, aber auch alle anderen sind halt in dem Sinne Kollateralschaden, wo man sich denkt, ja okay, aber wer ist das dann alles? Ich fand halt in dieser Diskussion oder ich wurde ziemlich stark in Civil War zurückgeversetzt, in dieser Diskussion, weil in Civil War ging es ja genau eigentlich um diese Thematik, wann dürfen Helden selbst entscheiden, wann müssen sie gucken, wann sie sich einbringen dürfen oder müssen sie geleitet werden von einem Gesetz und so weiter. Quasi das Watchmen-Gesetz, wenn du es so willst. Richtig. Wenn diese Helden vom Staat finanziert werden, ist das voll okay, auch wenn da Kollateralschäden entstehen, aber wenn die auf eigene Faust handeln, dann ist es böse. Also das ist wirklich total schwammig. Ich fände es interessant, wenn sich eine Serie wirklich mal damit ein bisschen mehr auseinandersetzen würde, aber dann wäre es halt nicht mehr MCU-konform. Ja. Ich finde halt auch, die Gesichtsmimik, wie du schon gesagt hast, Nina, die Gesichtsmimik von Jelena sagt halt unheimlich viel aus in dieser Szene, auch in dem Moment, wo Kate sagt, Clint ist nicht perfekt, aber er ist immer noch ein Guter. Und wie gesagt, für mich, finde ich, tut sich dabei Jelena was, wo sie zum Nachdenken. Ja, vor allem ist dann halt da die Frage, die ich habe, ist dann das Nächste, was sie sagt, weil sie sagt, dann wird es halt nicht schwierig sein, mein Assignment, ich gucke das immer auf Englisch, mein Auftrag, genau, zu erfüllen. Hat sie da extra gesagt, dass es halt ein Auftrag ist oder ist sie da halt, hat sie das aus Versehen gesagt? Das ist so, das kommt ja später in der Folge noch vor, aber das ist auch so ein kleines Foreshadowing, glaube ich, in dem Moment gewesen. Sie sagt ja nicht umsonst Kate Bishop, weil sie ja auch von jemandem beauftragt worden ist und kennt den Nachnamen von diesem Auftraggeber. Und das hat sie, glaube ich, schon im Hinterkopf und deswegen sagt sie genau das. Naja, zum Glück wurde ich ja beauftragt, also mehr oder weniger sagt sie das so, Clint umzubringen. Also sie versucht ihr vielleicht in dem Moment schon so ein paar Tipps zu geben. Denk mal drüber nach, wer mir diesen Auftrag gegeben hat. Was mir gerade auffällt, also so wie sie auch immer Kate Bishop betont, klingt das auch wie nach einem möglichen Ziel. Also wenn der Name da so kalt runtergeratzt wird, vielleicht war es auch auf der möglichen Liste von einem anderen Auftraggeber, weil es ist eine Black Widow, also da wurde eine Black Widow angeheuert. Und wir wissen es aus den Comics, die arbeiten nicht nur für einen Auftraggeber, hat die Arbeit für mehrere. Also ich glaube nicht nur, dass sie hier für die Elena Bishop gearbeitet hat, sondern dass sie wirklich mehrere Aufträge an Land hat. Ja, weil Kate sagt ja auch irgendwie, wie du wurdest beauftragt. Also sie reagiert schon auf diese Art von Jelena und das ist halt, wie gesagt, ich fand das schon so ein leichtes Foreshadowing, was noch passiert in der Folge später. Ja, aber es ist halt so die Frage, ist das Foreshadowing im Sinne von, das Drehbuch wird und will uns das Foreshadowing oder will Jelena das sagen, so dass sie halt auch beauftragt wurde oder ist das ein Versehen? Das finde ich halt sehr sehr spannend. Wird man halt wahrscheinlich irgendwann gucken. Genau, ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen jetzt schon, aber warum schickt dann gerade Jelena, der Kate, später SMS auf ihr Handy, wo genau das vorkommt, wo wir jetzt hier eigentlich schon vorahnen. Das, weiß, wie ich meine, aber da können wir gleich noch dazu sprechen. Jelena macht dann noch eine Drohung, also sie sagt, sie soll sich nicht mehr einmischen. Ja, klar, kleine, ich sag mal kleine Kinder so ein bisschen einschüchter. Kleine. Ja, wie alt ist sie 21 und Jelena wird Mitte 20 sein? Also so, deswegen habe ich auch gesagt. Ja, aber Jelena ist vielleicht, sollte man nicht in Jahren messen, was sie da an Erfahrung hat. Genau, das meine ich, deswegen habe ich ja klein in Anführungszeichen gesetzt. Vor allem ist die eine, ein reiches Kind, das das freiwillig gelernt hat und die andere wurde aus Töten gedrillt. Genau. Da liegt echt ein bisschen, was ist ein Unterschied vor? Deswegen ja meine Gänsefüßchen. Naja, jedenfalls haut sie durchs Fenster ab. Und da sieht man wieder einfach ihren perfekten Mantel, der einfach so toll aussieht. Und den coolen Greifhaken, also wie die sich da immer nach hinten schmeißt. Und ihre tollen Haare, ach, Florence Pugh sieht einfach herrlich aus. Du vertrittst übrigens das Dom gerade wirklich würdig. Ja. Gut, gehen wir auf die nächste Szene. Wir sehen jetzt wieder Clint bei unserem Cosplayer, bei unserem Feuerwehrmann. Bitte? Der heißt Grills. Grills, genau. Nein, nein, Grills ist der andere. Nee, Grills, stimmt doch. Grills. Dass er Grills wäre der, wäre der. In den Comics ist Grills, wenn ich mich nicht täusche, sein Nachbar. Da ist es einer der Cosplayer. Ah, ja, ja. Jedenfalls ist er jetzt bei ihm. Wir sehen, wie der Hund gerade wieder gefüttert wird mit Pizza. Oh, dieser Hund. Und Clint lässt so durchsickern, dass er halt im Hotel während der Zeit schlafen muss. Und er sagt, nee, 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 das kann ja gar nicht sein, dass Hawkeye alleine in einem Hotel verbringen soll. Er soll hier auf der Couch spenden. Oder er kann auch gleich das Bett haben. Das ist ihm egal. Wo Clint dann sagt, ja komm, Couch reicht mir. Und schläft sofort ein. Und schläft eigentlich direkt ein. Während Grills dann noch so nebenbei sagt, ja, ach, übrigens eure Kostüme, sie sind fertig. Und er guckt sich das noch so im Halbschlaf an, aber im Prinzip ist ihm das egal. Ja, richtig. Aber man sieht die Kostüme nicht. Er läuft zwar los, um sie zu holen, glaube ich. Er führt sie ihm gerade vor und er pennt dabei ein. Er pennt dabei ein, Richtig. Also war auch wieder eine kurze Szene. Die nächste Szene, ja. Ja, ja, jetzt kommt die Szene, wo Jack abgeführt wird. Und Elena geht das so kein bisschen halt dafür, dass sie ihn so geliebt hat, spielt sich ihn. Vor allem auch Jack. Also es ist halt so, als würden die irgendwie so Bauerntheater spielen. Ja. Im Prinzip ist es das ja auch. Ja. Er sagt ja noch so scherzhaft, ja, bis zur Weihnachtsparty bin ich wieder zurück. Vor allem auch so gar keine so Bitterkeit gegenüber Eleanor, die ihn ja mehr oder weniger verpfiffen hat. Ich glaube sogar, dass Eleanor das Ganze eingeleitet hat, dass sie auch Jack quasi als den Mörder dastehen lässt und dass sie im Prinzip seinen Großvater umbringen lassen hat, um an das Erbe zu kommen. Also das war schon arg kalkuliert und sie hat wirklich alle Beweise von sich geschoben und die Tochter auch auf die falsche Fährte gebracht. Nur Hawkeye hat sich da nicht wirklich ablenken lassen. Deswegen hat sie ja auch versucht, immer wieder einen Keil zwischen Kate und Hawkeye zu bringen. Also zwischen Kate und Clint sind ja beide Hawkeye. Ja. Jetzt kam eine sehr, sehr rührende Szene. Wir sehen nämlich Clint, wie er vor dieser Gedenktafel steht, an dieser Brücke, vor diesem, vor diesem, was ist das, Einkaufszentrum. Das war die Städte, wo die Avengers sich zum ersten Mal versammelt haben, also die Avengers zum ersten Mal assembled sind. Richtig. Ja, das war wirklich Gänsehaut, vor allem wie er hier auch sich da an, er hat eben Black Widow versprochen, dass er ein besserer Mensch wird. Man spürt, dass die ganze Folge, beziehungsweise die letzten vier Folgen, spürt man das, wie sehr das an ihm nagt und da war das wirklich so eine emotionale Szene, wo ich doch in den ersten zwei Folgen gemeckert habe, irgendwie steckt das Clint total locker weg. Ja, das muss ich jetzt echt so langsam mal zurücknehmen, weil gerade die innere Zerrissenheit, die bringt er so gut rüber, seitdem er wieder ein bisschen mehr im Fokus steht. Ich finde, er schauspielert hier, also Jeremy Renner spielt in dem Moment richtig gut. Man sieht ihm richtig diese Trauer an, man sieht ihm dieses Verletztsein an, auch er redet ja in dem Moment eigentlich mit Natascha, deswegen nimmt er das Hörgerät raus, dass er überhaupt nichts mitbekommt von der Umgebung, sondern eigentlich nur mit sich und seinem Gedanken gerade sich beschäftigen kann und ja, also wie gesagt, ich fand es sehr rührend, ich weiß nicht, wie es euch zwei ging. Ja, wie gesagt, also ich kann mit Jeremy Renner wenig anfangen, ich fand es okay, aber halt, ne, man hat so viele gute Schauspieler, vor allem Schauspielerinnen, ne, also Kate, finde ich super geschauspielert und vor allem halt, ja, Florence Pugh kann man einfach nicht besser sein als sie, finde ich und die haben halt, vor allem, weil man halt gerade eben die Szene hatte in der Küche, wo halt wirklich mit minimalen Gesichtsveränderungen halt so viel hat rausspringen lassen, dass man halt, ne, der fängt halt an zu weinen, ist halt natürlich, man sieht, dass er halt emotional berührt ist, aber ja, war halt so, die Szene, wenn die Szene halt vielleicht vorher gewesen wäre, bevor man die tolle, diese tolle Küchenszene sieht, wäre vielleicht besser gewesen, aber ich finde halt, wie gesagt, sehr voreingenommen, was Jeremy Renner angeht. Und danach kommt die lustigste Stelle, wo Kate ihm einfach einen Dutzend Nachrichten auf den Anrufbeantworter spricht, also den Anrufbeantworter quasi voll spricht, sie spricht ihm den Anrufbeantworter voll, aber Clint ist gerade halt wirklich am Boden und er kriegt das überhaupt nicht mit und danach kommt unsere Tracksuit-Mafia und wollte ich gerade sagen, jetzt kommen meine zwei Lieblingsrussen, die Trainingsanzugs-Mafia, sie hören, ich glaube, Run-DMC hören sie, reden da noch über das Weihnachtslied von Run-DMC, das man auch aus Stirb langsam kennt, also noch, nein, mit dem Holzhammer kann man jetzt eigentlich nicht mehr entkommen und die reden darüber, dass die die coolsten Trainingsanzüge sind, Run-DMC haben sie getragen, die Rockband hat sie getragen. nicht nur Run-DMC, sondern die Royal Tenenbaums und Tom Soprano hat das auch getragen. Ja, genau. Und ich dachte, ja, danke, Ich finde einfach Just a Bro einfach auch richtig großartig. Ja. Und vor allem, wieso dann anfangen zu diskutieren, ey, wieso hat keiner mehr Schlagringe? Ich fand das so ultra lustig. Wie gesagt, das sind meine zwei Lieblingsdrusten, ich mag die voll. Ich finde die halt auch ultra lustig. Das sind endlich mal wieder so böse, die sind so drüber, dass es einfach nur Spaß macht, denen zuzuschauen. Und dann kommt so dieser Teil von Ronan angeflogen, der den quasi mitteilt, wo Maya quasi Ronan zu erwarten hat. Aber wir sind doch gar nicht Maya. Sehr gut, sehr gut. Ich fand das lustig. Und dann macht Clint quasi so sein Assassin's Creed Move. Er zieht sich den Rudi über und ruft bei seiner Frau an. Ja, genau. Die telefonieren auch so ein bisschen. Ja, und es wird offensichtlich, also mittlerweile wird spekuliert, dass die Frau Mockingbird ist. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, das ist eine Shield-Agentin und die haben sich so aus der Schusslinie zurückgezogen. Clint hat trotzdem Angst, dass der böse Onkel kommt und denen was antut. Böse Onkel, das ist gut. Ja, jedenfalls, er will ja nicht sie wirklich um Erlaubnis bitten, sondern er möchte sie nur informieren, weil sie sagte noch, wolltest du jetzt meine Erlaubnis und sie sagt, du hast jetzt nicht eigentlich die Erlaubnis von mir eingeholt, du wolltest einfach nur Info geben. Genau, und dann zieht er sich um. Aber auch ihr merkt, mein Anleister den bösen Onkel erwähnt, dass die da echt so Ehrfurcht bekommt. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Comic würde man so hören, so ein Schlucken, genau. Genau, richtig. Dann gibt es einen Umschnitt, wir sehen einen Autohof, also wo so gebrauchte Autos verkauft werden, wo Maya jetzt mitten auf dem Platz wartet. Sie ist aber nicht allein, weil Ronin hat ja geschrieben, sie soll allein kommen, ist sie jetzt nicht. Cassie versteckt sich hinter einem Werbeschild, so ein Buchstaben. Leuchtreklame. Leuchtreklame, genau. Und unsere Trainingsanzug-Mafia Boys, die verstecken sich hinter den Autos mit halt Pistolen. Ja, und Clint macht jetzt eben wirklich den Batman, so wie er die Leute ausschaltet, das hat mich so aufpackt, wie geht das? Er ist auf der einen Seite und dann ist er innerhalb von zwei Sekunden auf der anderen Seite vom Autohof. Naja, vielleicht sollte man nicht alles logisch betrachten wollen. Seilspanntechnik, das ist es. Ja. Seilspanntechnik, ja. Genau. Hat auch ein bisschen was Horrorfilm-artiges, so ne? Wenn sie so in das Auto gezogen werden, wenn man echt das wärst, ist der schon. Aber ich fand das cool gefilmt und vor allem, dass er jetzt in dem Moment als Ronan auftritt, das war schon stark. Richtig. Und dann kämpfen die zwei ja auch, was auch wieder schön choreografiert ist, genau. Und letztendlich besiegt er sie ja, aber nicht, dass er sie getötet hat, sondern sie liegt halt dann am Boden und er demaskiert sich vor ihr. Und da... Ja, dazwischen kommt eben noch, dass Kate ihr die Waffe wegschießt. Nee, das ist danach. Das ist erst danach. Genau. Er nimmt die Maske runter, sagt hier, ich wollte, dass du mein Gesicht siehst. Und redet, also in Gebärdensprache redet er dann wieder, denk mal nach, ich war ein Auftragsmörder, ich hab nach Aufträgen gehandelt, überleg mal. Nach Aufträgen? Ich glaube, er sagt nach Informationen. Oder Informationen. informiert wird. Genau, richtig, richtig. Die wichtige Info ist jetzt eben, dass er sie darauf aufmerksam macht, dass Kasi in dem Moment nicht da war. Also er weist darauf hin, dass Kasi quasi so das Datenleck ist. Richtig, und was da auch sehr wichtig ist in diesem Gespräch ist, dass er sagt, wir sind beide Waffen, man kann uns beide benutzen und wir wurden beide manipuliert. Das ist sehr wichtig in diesem Gespräch zwischen den beiden, weil sowohl Maya ja als Waffe benutzt wird und Clint halt als Ronin auch als Waffe benutzt worden ist. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Genau. Und bei jeder guten Superhelden-Geschichte sind Antagonist und Protagonist ja einfach nur dieselbe Seite, die Seite der, jeweils eine Seite derselben Medaille ist. Und so ist es ja auch. Tofay ist bei jeden zweiten Bond-Film. Ja. Richtig. Genau. Und jetzt kommt eigentlich die Szene, wo du gemeint hattest, weil Maya befreit sich dann mehr oder weniger aus dieser Lage möchte Clint mit seinem eigenen Schwert erstechen oder erschlagen und Kate schießt ihr jetzt so mehr oder weniger das Schwert aus der Hand mit dem Pfeil. Genau. Und daraufhin flüchtet Maya auf einen richtig schönen Motorrad. Ja. Und Clint und Kate laufen dann ja noch diese Gasse entlang, wo dann dieses Fluchtauto kommt. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Was ich mich bei der Folge wirklich frage, das ist genau dieses selbe Problem, das ich mit Civil War hatte. Setzt euch einmal zusammen, redet miteinander. Das siehst du in dieser Folge auch so oft, dass die kurz mal miteinander reden und schon kommen die ins Grübeln. Wieso habt ihr nicht geredet, bevor ihr euch ganz aufs Maul gehauen habt? Ja, richtig. Genau. So, in die nächste Szene sehen wir dann wieder ein Gespräch in Gebärdensprache zwischen Cassie und Maya und da blüht so ein bisschen schon so ein, wie sagt man? Die Zweifel. Ja, Zweifel, sie verdächtigt so ein bisschen Cassie und fragt ihn, wo warst du überhaupt an dem Tag, wo das passiert ist, weil du warst die rechte Hand meines Vaters und so oder Bodyguard? Nee, rechte Hand war die rechte Hand. Er war quasi immer da, wenn da irgendwas gesagt hat und an dem, zu dem Zeitpunkt, wo der Vater ermordet wurde, war er zufällig nicht da. So, und ich habe jetzt eine Vermutung, Entschuldigung, wenn ich dir vorgreife, Nina, du darfst gleich, aber ich habe jetzt eine Vermutung, dass wir Cassie und Maya nicht mehr in dieser Serie sehen, sondern erst wieder in Echoes. Ich glaube, Maya, wenn wir uns noch sehen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Cassie verduftet vielleicht und Maya wird auf jeden Fall noch vorkommen, weil ansonsten ist ihre Story doch zu abrupt zu Ende in Hawkeye zumindest, finde ich. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen ablaufen wird wie bei Agent Walker, dass sie in der letzten Folge anfängt, sich auf die Seite der Guten zu schlagen und dass das quasi die Echo-Serie ist. Oder dass die hier die Contessa kommt und sagt, hier, ich weiß, wie du den am besten umbringen kannst. Ich kann dir helfen. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, dass die, weil wir wissen ja, dass eine Echo-Serie kommt, dass das uns dann, also diese Serie dann uns erzählt, wie sie jetzt darauf kommt, wer wirklich dahinter steckt und wir sie praktisch hier das letzte Mal gesehen haben. Aber ich lasse mich gerne auch von einem anderen überzeugen. Ich glaube, das ist halt wirklich einfach, so wäre es halt zu abrupt, wenn wir Maya es gar nicht mehr sehen würden. Ich glaube, sie rettet Clint nochmal und bekommt dann die eigene Serie. Okay, kann auch sein. Gut, dann gibt es nochmal eine kurze Szene mit Clint und Kate in dem Auto, wie sie, ja, ich sag mal, wo fahren sie denn eigentlich hin? Ah, zum Lapa fahren sie, ne? Die fahren zum Grills. Jetzt kommt halt das Interessante, was wir uns alle die ganze Zeit gefragt haben. Also sie erklärt ihm, wer diese Kämpferin war. Ja. Und sie sagt immer, ja, das war die Schwester von Black Widow und er sagt direkt Jelena. Also zumindest weiß er von ihrer Existenz, was schon mal zumindest sehr viel wert ist, in Hinsicht Kontinuität. Genauso, das ist mindestens genauso wichtig, wie die Tatsache, dass Jelena halt geblippt wurde, ne? Oh ja. Macht's ein bisschen alles ein bisschen sinniger. Richtig, richtig. Auch wenn mir diese Sache, die dann später rauskommt, gar nicht mal so sinnig vorkommt, weil wir alle dachten, dass sie von Contessa angeheuert wurde und jetzt kommt im Verlauf der Folge raus, dass die Mutter sie angeheuert hat. Genau, das ist eigentlich jetzt schon die nächste Szene oder eins der nächsten Szenen, weil wir sehen jetzt, und das ist der Punkt, wo ich vorhin gemeint hatte, jetzt merkt man, dass Jelena vielleicht doch ans Grübeln kommt, weil warum soll sie ihrer Auftraggeberin hinterher spionieren. Aber noch kurz, weil mir das jetzt gerade irgendwie, dass ich das gerade gesehen habe, ich finde es sehr, sehr schön, Hawkeye oder Clint übergibt Kate einen Pfeil und sie halten das eine Zeit lang zusammen und Kate nimmt das einfach und das finde ich, glaube ich, ist eine sehr, wäre auch eine super tolle letzte Szene für diese Serie. So als wollte er heimlich sagen, danke. Genau, danke, du kannst jetzt meinen Werk weiterführen sozusagen. So in der Art, ja. Das ist so quasi der Staffelstab, der wirklich wortwörtlich übergeben wird. Ich finde es aber auch richtig cool, dass die zwar ihre Differenzen hatten, aber dass Kate ihm trotzdem sofort zur Hilfe eilt. Wenn sie merkt, oh, dem geht es gerade scheiße und dass die sich dann sofort wieder vertragen, ohne dass sie sich anschreien oder sonst wie, sondern einfach, ja okay, lief halt gerade scheiße, machen wir weiter. Genau. Jedenfalls sehen wir jetzt hier in der eigentlich, eigentlich ist es so ein Zusammenschnitt der letzten Szene, weil wir sehen Jelena der Mutter hinterher spionieren und gleichzeitig auch die, also Kate und Clint bei dem Krills sitzen und Kate kriegt eine SMS von Jelena. Sie kriegt die von unbekannt. Ja, von unbekannt, aber so an der Art, wie es das schreibt, erkennt man, dass es Jelena ist. Man weiß es halt dadurch, dass man sie tippen sieht. Schon allein der erste, schon allein der erste Satz, wo sie schreibt, Kate Bishop, I found out who hired me. Das sagt mir doch schon, dass es Jelena ist, also. Ja. So, ich fand, ich habe rausgefunden, wer mich angeheuert hat und Kate Bishop hat sie ja, sie immer genannt, also in dem Gespräch, immer Kate Bishop, Kate Bishop. So, jetzt darfst du gerne du weiterführen, Patrick, weil jetzt kommt nämlich eine Enthüllung, da freust du dich schon die ganze Staffel drauf. Ach, diese Enthüllung, da gab es jetzt die Staffel wirklich gefühlt 20, 30 Hinweise, also, wenn man das jetzt noch als großen Twist verkaufen will, oder wenn man das jetzt noch als großen Twist verkaufen will, das ist ja kein Twist, das ist einfach die Bestätigung und das tut so gut. Es ist einfach der Kingpin, das, obwohl Kevin Feige immer wieder gesagt hat, nein, diese Marvel-Netflix-Serien, die sind nicht Kontinuität. Wahrscheinlich werden sie das auch wieder mit irgendeiner Multiversum-Sache erklären, aber es ist cool. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach sagen, die Handlung der Serien gibt es nicht, aber die Figuren gibt es. Ich finde es halt cool. Ich mag Vincent D'Onofrio in der Rolle und auch, dass es dieser weiße Anzug ist und auch wie Clint Barton dann wie er direkt sagt, ja, das ist der Typ, vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte, der arbeitet mit deiner Mutter zusammen. Ich habe mir dann in dem Moment gedacht, ey, wie fies wäre es, wenn sich der Kingpin in Wirklichkeit als Vater von Kate entpuppt? Als Derek Bishop oder als, als der wirklich die Tochter von dem anderen war. Genau. Och, ja. Weiß ich nicht. Gut möglich ist alles, ne? So ist es nicht, aber, ja, nee, weiß nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das wäre dann viel zu krass. Das wäre viel zu viel Soap-Opera, also viel zu viel GZSZ in MCU. Ich sage nur, bei den Marvel-Serien wurde eine Rückkehr von einem bekannten Charakter dann mit einem Penis-Gag quasi zunichte gemacht. Ja, okay. Ich sage ja, bei Marvel ist schon alles möglich, aber ich finde es ein bisschen zu weit hergeholt, weil, weil man hat ja in der ersten Folge durchaus dieses, dieses familiäre Leben zwischen den Bishops gesehen und dann auf einmal in der fünften Folge oder der sechsten Folge rausfinden, dass es gar nicht der Vater ist, sondern hier der Kingpin, der Erzeuger ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Beziehung, also diese Eleanor-Kingpin-Beziehung, beziehungsweise diese Business-Beziehung, halt tatsächlich passiert ist wahrscheinlich nachdem der gestorben ist, weil sie dann Geld brauchte oder Geldsorgen hatte oder irgendwie sowas. Ich glaube, die hat wirklich auf zwei Hochzeiten getanzt, die hat sich quasi zwei reiche Männer geangelt und wollte dann schauen, wer hat mehr Bestand und der Kingpin und der Kingpin wurde offensichtlich nicht weggebliebt. Der hat sich in diesen fünf Jahren ein wirklich mächtiges Imperium aufgebaut. Also das ist eine Urgewalt, die könnte auch, wenn Frank Castle zurückkommt, den zu schaffen machen, dem der, der wir zu schaffen machen, wenn der wieder zurückkommt, Spider-Man, da ist es auch ein Gegner, jetzt ist es offensichtlich auch ein Kingpin-Gegner. Das ist eine Übermacht, obwohl er einfach nur ein Mensch ist und er hat halt wirklich diese bedrohliche Ausstrahlung. Ich freue mich darauf, den zu sehen. Mal sehen, ob er dann für die Echo-Serie aufgehoben wird. Aber es ist halt gut, ihn zu sehen. Ja, das schon. Weil du gerade Punisher ansprichst, der Barental hat ja gesagt, er macht es nur, wenn dieses Gewalt gerade beibehalten wird. Ansonsten macht er es nicht mehr. Nee, es ist halt wirklich so, wenn wir einen FSK-12 Blähd kriegen, dann muss uns zumindest der Punisher erhalten bleiben und John Barental. Das war für mich die beste Punisher-Interpretation, weil er auch diese innerliche Zerrissenheit und dieses Kriegstrauma rübergebracht hat. Man hat verstanden, wieso er zum Punisher wurde. Man hat ihn in der Serie begleitet, wie er zu diesem Comic-Charakter zum Punisher wurde. Also man hat quasi seinen Origin über zwei Staffeln ziemlich gut ausstaffiert erzählt bekommen. Deswegen, es wäre wirklich eine Verschwendung, darauf nicht zurückgreifen zu können. Deswegen, wenn Disney Plus schon sowas wie das Solar Opposites Weihnachtsspezial bringt, was schon ziemlich krank ist, dann bringt auch den Punisher zurück. Gut, wie gesagt, da müssen wir einfach mal abwarten, was da noch so kommt. Wir haben jetzt einiges noch im Petto, was demnächst alles kommen wird. Aber kommen wir mal zurück jetzt zu der Folge, die ist ja im Prinzip ist an der Stelle fertig. Außerdem möchte ich noch was dazu irgendwie erwähnen, was ich vergessen hatte. Ich fand es super lustig, dass dann der Grinch-Song kam, also dass der Kind mit dem Grinch direkt in Verbindung gebracht wurde. Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über auf Bewertung und Fazit, beziehungsweise Fazit und Bewertung. Was vergeben wir denn heute? Kingpins. Kingpins? Oder Chilisaucen. Oh ja. Okay, dann machen wir Chilisaucen. Also von 0 bis Chilisaucen. Sriracha-Flaschen. Und Nina, du weißt es ja, der Gast fängt immer bei uns an. Deswegen darf ich... Ich gebe keine 5 Flaschen, keine 5 Sriracha-Flaschen, weil ich bespannt bin. Die nächste Folge ist, glaube ich, die letzte Folge. Ja, genau. Wie das alles zum Abschluss gebracht wird und ob... Weil nach 5 gibt es keine Steigerung. Deswegen gebe ich dem Ganzen 4 von 5 Sriracha-Flaschen. Aber eigentlich 5. Aber eigentlich nicht, weil sonst kann man sich ja nicht steigern. Nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Genau. Nee, ich fand es halt einfach von der Action unfassbar gut gemacht. Ich fand, also diese Küchenszene zwischen Jelena und Kate ist einfach großartig. Die werde ich mir wahrscheinlich noch 50 Mal angucken. Und einfach auch die Bestätigung mit Vincent D'Onofrio als Kingpin, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass er das ist. Sieht man halt auf dem Bild nicht so genau. Aber einfach diese ganzen, dieses Fanservice-Ding, also dass man halt wirklich so diese Bestätigung hat, die man halt schon bei WandaVision nicht hatte mit Mephisto. Dass man einfach so die ganze Zeit so hinarbeitet und dann wird es doch nicht erfüllt. Hat man halt hier ja doch. Und das finde ich halt cool. Der Mephisto, der sitzt echt noch tief. Der sitzt echt tief. Aber für mich sitzt der Quicksilver auch sehr tief. Ja, der Boner-Witz. Ja. Gut, Patrick, dann darf ich dich bitten, was vergibst du? Ich wurde auch ziemlich gut unterhalten, wenn es keine Jelena-Serie gibt oder nicht zumindest mal einen coolen Film mit einem Team-Up von Kate und Jelena. Also die beiden haben echt so eine coole Chemie. Das war für mich ähnlich gut wie David Haber und Jelena. Die halt auch eine ultra gute Chemie hatten. Aber sie ist wirklich ein ultra dankbarer Charakter und ihre Einführung war cool. Dieser Dialog, der gehört wahrscheinlich mit zu den besten Dialogen im Marvel-Universum, äh, ja, im MCU. Nur die Action, die war jetzt im Vergleich zu der dritten Folge ein bisschen schwächer. Clint Barton ist so ein bisschen auf der Stelle getreten, aber trotzdem, das hat so Spaß gemacht, dass ich sage, das ist eine 3,75. Ich will mir auch die Möglichkeit offen halten, das zu steigern, aber ich hab Schiss, dass das Finale noch so viel auspacken muss beziehungsweise abschließen muss. Mich würde es echt nicht wundern, wenn dann am Schluss eine zweite Staffel angekündigt wird. Ja, das, ja. Habe ich auch so ein bisschen im Gefühl, dass da noch eine zweite Staffel angekündigt wird. Und wir kriegen wahrscheinlich, vielleicht kriegen wir auch eine anderthalb Stunden Folge. Das haben sie bisher nie gemacht, deswegen. Angekündigt hätten sie es schon öfters, aber gemacht hätten sie es noch nie, das stimmt. Und wenn, dann bringen es dann am Schluss 30 Minuten Abspann. Das ist wahr. Gut, ich fasse mich kurz, im Prinzip bin ich eigentlich genau bei euch, ich kann keine fünf vollen Chili-Soßen-Flaschen vergeben, da ich mir auch noch ein bisschen den Rahmen nach oben, also ein bisschen nach oben aufrecht erhalten möchte, weil die letzte Folge kann natürlich noch viel, viel besser werden und deswegen vergebe ich auch vier. Bin auch von der Meinung her eigentlich bei euch beiden, ich fand die Charakterbeziehung zwischen Kate und Jelena super, ich fand die erste Anfangssequenz richtig stark inszeniert, auch schon mit diesem Blip wieder, also diese Erzählung von diesem Blip fand ich sehr stark und von daher, wie gesagt, vier, ich gebe vier Chili, Chili, wie hat man gesagt, Chili-Chuan-Soßen-Flaschen. Se-Chuan-Soßen, nein. Se-Chuan. Gut, dann war es das. Noch nicht ganz. Ich wollte ich gerade sagen, freut euch auf die letzte Folge, da haben wir nämlich schon einen Gast, wir freuen uns alle auf diesen Gast. Der wird das nächste Mal Premiere feiern und vor allem wollten wir noch mal darauf hinweisen, wenn euch das gefällt, kommentiert ruhig auch, wir drei sind jetzt mittlerweile auch in der Comic-Cookies-Telegram-Gruppe, also kann man auch mit uns da kommunizieren, also haut in die Tasten. Definitiv. Patrick hat ja alles schon gesagt, dementsprechend bleibe ich bei meinem altgewunden, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann er es hört. Ich sage Ciao, überlasse dem Patrick dann das Wort und am Schluss darf dann Nina noch was sagen, in diesem Sinne. Ciao. Auf, auf und davon. Hawkeye ist doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Und damit Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.